Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conker Alarmstufe Rot 1 auf Seiten der Sowjets in Mission mittlerweile 9, ich glaube 9, ja, das geht sehr schnell heute, auch wieder direkt nach dem letzten Part, also das wird aber die letzte Folge, die ich heute aufnehme, weil danach werde ich noch ein bisschen essen, ein bisschen Pizza bestellen und sowas halt und dann ausruhen, genau, ja, aber jetzt geht es hier erst mal weiter, wir haben hier die Wahl zwischen zwei Angriffsmöglichkeiten in Italien und ich würde sagen, wir gehen mal in den Süden. I promised you Berlin, Josef, did you doubt me? If I did, I would kill you. How better to show you my love than to give you a city for your birthday. I could think of a few possibilities. I could think of a few possibilities. What is it? Yo. What? 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 Some things you are not clear to see. Come, we are late for the briefing. What is so important you interrupt the private briefing, Gradenko? Are you wasting our time with magic shows? This is Elba Island. Reconnaissance detected an Allied Transport landing. Our agents went there, saw this, shot the videotape, and then nothing. It hadn't moved. We would have caught it. It simply disappeared. Show me again. It's impossible. Whole units. I must know what can do this, Nadia. If it is a weapon, I must have it. It could prove a formidable companion to our Iron Curtain project. Iron Curtain? You don't need to know about this, comrade Kukov. Do we control Elba Island? The area's resistance continues to offer the Allies support, but we have been dealing with... No excuses, comrade! We need that island. Now, Gradenko, you stay. Send the captain to handle this. Use our subs to keep more Allied units from landing and eliminate our enemies from the island. use our bombs to lose our enemy from landing. We are still gonna move on. We are still on our left side. We are still on our left side. It's not for a new non-totally. It's impossible to start with our enemies. We are still on our left side. We are still on our left side. Oh, Mann, ey. Und was soll hier diese Frechheit? Das ist ja unnormal. So. Gut. Ähm, ja. Diese Kratzine. Ey, einfach legendär, oder? Einfach legendär. Und der Kuhkopf, der sitzt daneben und spannt die einfach aus. Ja, so von wegen, ich kann gucken, aber du nicht. Naja, egal. Okay. Ja, was ich beim letzten Mal auch noch vergessen hatte zu sagen, ist, äh, wir sind ein Feldhauptmann geworden. Das heißt, der Stalin hat uns ja in der letzten Mission, äh, befördert, sozusagen, beziehungsweise wir haben jetzt ein neues Abzeichen von ihm bekommen. Und zwar das des Feldhauptmanns. Das ist, glaube ich, eine Stufe unter dem Colonel und eine andere, ah, und eine andere Stufe unter dem General. Ich weiß es leider, hm, nicht mehr. Aber ich weiß, welch, ich weiß zumindest, welche Mission das hier ist. Diese Mission ist sehr geil, weil hier dürfen wir zum ersten Mal diese, die Tesla-Spulen benutzen. Ja, richtig gut. Richtig gut. So, noch mehr Verstärkung, noch mehr Manneken, okay. Gut. Es gibt einen Grund, warum ich hier nach links baue, weil das Ganze erst ist hier auf der linken Seite. Das hier unten, das wird weggehen. So sieht es, glaube ich, zumindest aus, ja. Und hier links sind halt auch noch ein paar Vorkommen. So, genau. Dann würde ich sagen, machen wir mal direkt mal weiter. Waffenfabrik. Und, äh, genau. Wie gesagt, hier in dieser Mission wird es zum ersten Mal Tesla-Spulen für uns geben. Endlich, muss ich sagen. Also, ist schon krass, ja. Wie lange die sich damit Zeit lassen. Noch mehr. Geil. Okay. Noch mehr Manneken hier. So, dann, ich glaube, hier unten sind wir nämlich bei uns allein. Wir sind auf der Insel Elba. Ist tatsächlich in der Nähe von Italien. Und, äh, ja, das Level, das ist ein bisschen verwirrend. Weil es da viele, viele Gänge gibt. Aber, was ist das denn? Was machen die denn hier? Seit wann sind die hier? Na, wir haben es mit zwei alliierten Spielern zu tun. Einmal den braunen und einmal den klassischen blauen. Was ist das hier? Ist das seine Basis, oder was? Nee, kann ich mir nicht... Oder doch! Doch, okay. Das ist seine Basis. Okay, weg da. Weg da. Alles klar. Dann ist da schon seine Basis. Okay. Krass. Und zack. Und direkt einen Sammler bauen. Ah, ja, da sind sie. Tesla-Spule. Sehr nice. Und wir können Großkraftwerke bauen. Das ist natürlich mega nice. Richtig gut einfach nur. Wir können endlich die Großkraftwerke bauen. Oh Mann, was habe ich da drauf gewartet, ey? Und ja, bauen wir uns erstmal hier auf. In dieser Mission werde ich auch wieder eine größere Basis aufbauen. So, die Energie und so, die mache ich mal hier unten hin. Radarzentrale. Und dann noch ein U-Boot. Der Sammler ist auch gleich fertig. Oh, Edelsteine. Sehr schön. Ey, das ist jetzt zum ersten Mal, dass ich die Sammler sehe, wie sie automatisch Edelsteine sammeln. Sonst weigern die sich immer. So, ich brauche noch einen, komm. Hier braucht man drei Sammler. Dicke, 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 dicke. Hier, die chillige Mucke hier, ey. Aber, ja, nee. Ja, doch, das Radar wird noch fertig. Sehr gut. Aha. Das war mein U-Boot. So, dann können wir das mal hierhin machen. So. Hier kommt nämlich der Gegner, glaube ich, auch mit Schlachtkreuzern. Das heißt, hier von links und von rechts werden gleich Schiffe gespawnt kommen, glaube ich. Deswegen werde ich jetzt hier mal so eine kleine Schiffssperre errichten. Und, äh, ja. Gut. Dann brauche ich vielleicht sogar gleich noch eine Raffinerie, hä? Ja, mache ich später. Ich baue jetzt erstmal die erste Tesla-Spule. Erstmal hier unten hin, damit hier nichts mehr reinkommt. Oh, ich bin gerade so gehypt von den Tesla-Spulen einfach. Richtig geil, dass wir die das bauen könnten, ey. Endlich, endlich. Stärkste Verteidigungswaffe im ganzen Spiel. So, der wollte schon wieder Erd sammeln. Gut. Dann steuere ich den halt manuell. Damit dem gar nichts mehr übrig bleibt, außer die Edelsteine zu sammeln. So. Sehr gut. Der kann dann hier sammeln. Direkt. So, hier oben werde ich Flugfelder hinbauen. Ich habe mir da schon sowas überlegt wieder. Und, äh, ja. Hier sind vorhergekommen. Genau. Und hier steht ein Arschvolleinheiten. Scheiße. Okay. Ja, gut. Aber die Tesla-Spule kann erstmal hier hin abdecken. Diesen Weg hier zumindest. Wow. Ja, die frisst ziemlich viel Energie. Bauen wir mal das Tech-Zentrum einfach mal auf. Einfach mal so zum Spaß. Wobei ich mir echt sicher bin, dass wir hier noch keine Mammutpanzer haben. Aber, äh, die Flammenwerfer, glaube ich. Und, ja. Warum nicht die Option haben, wenn man sie haben kann, ne? Oh Gott, wir brauchen schon Silus. Ich baue doch schon ohne Ende. Ah, U-Boote, komm. Dann baue ich noch ein paar U-Boote. Weil Geld verschwenden ist hier tödlich. Das sollte man tunlichst vermeiden. Hier Geld zu verschwenden. Ah, das sind die... Die Klunker sind das. Ja, ja, ich merke schon. Das sind die Klunker. Ja. So, Raketenwerfer. Erste Panzer hier. Krass. Moment mal, das ist gerade ein bisschen langsam, finde ich. Ja. So, Mission 9. Mission 9 schon, alter Schwede, ey. So, ja, das ist schon besser, ey. Oder? Ist das jetzt die Schwierigkeit, die ich hatte? Ja. Das war doch ein Krampf jetzt gerade. So, dann kommt das hier hin. Großkraftwerfer. Oh, reicht so gerade, okay. Großkraft. Oh. Kein Geld mehr. Na gut, dann. Dann, ähm, ja. Ich habe schon drei Sammler, das ist gut, ey. Das ist sehr gut. So. Dann baue ich mal hier weiter die Energie. Weil wir brauchen jetzt nämlich sehr viele Großkraftwerke für die Tesla-Spulen. So. Gut. Jupp, dann geht's mal weiter. Alles klar, so. Was zur Hölle? Ein Manneken wagt es sich auf meinen Sammler zu schießen, okay. Gut, dann brauchen wir die Werkstatt. Einen Raketenwerfer habe ich gut. Und noch einen am besten. Und noch ein U-Boot. Schöne Sperre hier. Was zur... Pfff. Okay. Wollte ich zwar nicht, aber ist okay. Dann, wenn du so weit schießen kannst, dann schieß doch mal auf den Jeep. Genau. So. Jetzt gehen wir weiter. Was? Unser Stützpunkt? Was? Was? Wo kommen die denn her? Ach, hier ist auch noch ein Weg. Oh Mann. Wo kommen die denn jetzt her? Wollen die mich verarschen? Du fahr mal bitte da drüber. Wollen die mich verarschen? Ist nicht deren Ernst, ey. Alter, das hat mich jetzt wieder voll rausgebracht, ey. Mann. So. Dann bau hier eine Tesla-Spule hin. Verdammt. Mein Gott. Hier ist auch noch ein Durchgang. Und wir brauchen Silos. Okay. U-Boote. Pff. Keine Ressourcen verschwenden hier niemals, ey. Das darf man unmöglich machen, ey. Ah, ich wusste nicht, dass hier noch ein Durchgang ist, ey. Fuck. Ah ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Das sollte reichen hier. Einfach mal verhindern, dass hier Schlachtkreuzer reingefahren kommen. Weil, so wie ich das kenne, hier gibt es jetzt hier Schlachtkreuzer. So. Tesla-Sp... Aha! Was macht der denn? Ist der blöd? Da, da, sammelt der eiskalt vor meiner Nase. Ja! Geiler Schuss. Geiler Schuss. Von dem Raketenwerfer. Das war gut, ey. So, Flugfelder. Weiter geht's. Ja. Alter Schwede. Ja, ich baue doch schon Panzer. Meine Güte. So. So. Ja, dann schießt halt alle. So. Joa, jetzt kommt er da noch mit. Noch mehr. Alter! Mit vier Panzern. Alter Schwede. Oh! Ja, schießt die eigenen ab. Ist okay. So, dann das. Oh Gott! Artillerie weg damit. Oh, Gott sei Dank. Alter! Was macht der denn hier noch? So, weiter Panzer bauen. Meine Güte, ey. Jetzt nervt der aber langsam. So. Gut. Dann. Mach. Mach die kaputt. Los. Okay. Da kommt wieder was. Alles klar. Das heißt, ich muss mich nach hier oben arbeiten. Nach hier oben bauen. Dann baue ich hier gleich eine fette Tesla-Spule hin. Sehr schön. Gut gemacht. So, weiter geht's. Einfach Panzer bauen. Einfach Panzer bauen. Aber die MiGs können wir, glaube ich, noch nicht bauen. Nee. So, weiter. Die Jax. Ja. Die Jax werde ich auch dieses Mal benutzen. Äh. Kann man das hier kaputt machen eigentlich? Nee, kann man nicht. Schade. So. Dann geht's mal weiter. Immer weiter bauen. Immer weiter bauen. So. Ja, wie gesagt. Also die Kohle hier, die ist knapp. Knapp. Bemessen. Die Einsatzfahrzeugen. So, dann können wir ja hier. So. Zack. Ah, das reicht nicht. Schade. Na gut. Ja, klar. So, dann können wir hier mal die U-Boote hin tun. Nächste Seesperre machen hier. Weil ich habe keine Lust, dass die Schlachtkreuze ankommen. Nee. Das muss nicht sein. Och, Leute. Mensch, nochmal. Menschenskinder. So, jetzt. So. Wie schnell die Kohle hier wegflöten geht, ne? Das ist unfassbar. Naja. Hier oben ist auch noch was, was ich verteidigen muss später. Spionage. So, dann guck mal, was da ist, bitte. Nichts. Okay. Nur ein bisschen Erz. Fahrt doch nicht dahin, ihr Dödel. Fahrt doch hier unten hin. Wie gebt ihr euch extra ein feindliches Feuer, ey? Oh ja, sammelt die Klunker. Er sammelt die Klunker. So. Und ihr beide auch, bitte. Ich brauche unbedingt mehr Kohle jetzt. So. Das hat genau gepasst. Ich überwachte jetzt ein bisschen. Es war zwar ein bisschen langweilig für euch zu sehen, aber... Was will man machen? Die sammeln nicht die Edelsteine auf. Die sammeln immer nur... Ah. Ist schon fertig. Ist schon fertig. Ist schon fertig. Okay. So. Tesla-Spule. Die werde ich hier oben hinpacken, wenn es geht. Dahin. Neuer Panzer. Weiter bauen. So. Aber ich fürchte, dass meine Energie ausfällt. Vielleicht. Muss mal gucken. Muss ich gucken. Ja. Die fällt aus. Ich wusste es. Ich wusste es. Verdammt nochmal. So. Alles klar. Sehr gut. Ich wusste es. Wir brauchen Silos. Was? Ich baue doch schon wie verrückt. Raketenwerfer. Wo ist der? Da ist der Raketenwerfer. So. Ich habe halt noch keine vier Silos gebaut. Das ist halt das. Ja. Vor der Energie kommt hier hin. So. Was kann ich jetzt noch bauen? Silos. Ja. Silos. Am besten. Ah. Moment. Ne, 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 ne. Stopp. Ich baue noch mehr Flugzeuge. So. Spionage. Hier. So. So schnell geht die Kohle weg. Das ist das halt. Was hat das schon wieder geschafft? Schossen. Na ja. Egal. So soll er mal versuchen hier gleich rein zu kommen. Ah. Ein Dorf. Okay. Moment mal. Ich nehme mal die drei. Ich nehme mal die drei Raketenwerfer hier mit. Mach mal die Kirche platt. Vater eiskalt drüber. Boah. Ein Schuss. Aber. Da ist keine Kohle drin. Leider. Schade. So. Zack. Zack. Genau. Das gibt es auch noch bei den Flugzeugen. Die kann man auf Halde haben. Das heißt. Man kann sich schon mal eins bereitstellen. Und wenn man dann hier fertig hat. Dann kann man hier auch das machen. Und die dann direkt. Ja. Drauf stellen. So zu sagen. So. Wo sind meine Silus? Da sind meine Silus. Okay. Perfekt. Ja. Es läuft schon mal sehr gut bis jetzt. Alles klar. Dann mache ich hier meine vier Silus hin. So. Zack. Was macht ihr denn da ständig? Die verwüsten hier alles. Meine Leute. Alter Schwede. Na gut. So. Tät. Nein. Aus Kraftwerk. Ob das Spionageflugzeug. Schicke ich einfach mal hier hin. So. Oh. Aha. Da unten irgendwo. Ja. Was soll ich jetzt bitte. Manikum machen. Erstmal nix. So. Das andere Kraftwerk. Ist hier unten. Nächste Tesla Spule. Ja. Geh mal da hin. Haha. Soll der versuchen. So. Oh. Hier ist ne Basis oder so von dem. Okay. Krass. Dann greift die mal an. So. Da oben das. Das ist ja. Keine Ahnung. Ah. Hier ist nämlich das andere Erz. Seht ihr. Das andere Erz vorkommen hier. Aber das wird weggeerntet. Irgendwie. Von irgendwem. Keine Ahnung. Aha. Ein Gummipanzer. Den kriegt ihr. Aha. Da ist der blaue Sammler. Na gut. So. Dann kann ich hier oben nochmal eine. So. Zack. Und noch eine kommt. Eine. Aha. Weg damit. Sehr gut. Meine fünf kleinen Männiken. Ah. Artillerie. Weg damit. Oh. Scheiße. Weg damit. Nein. Na gut. Das war's. Oh man. Na gut. Kommt da natürlich direkt die Konter ein heute. Ist klar. So. Mach doch mal weg hier. Zack. So. Was war das denn? Ich glaube ich stelle hier oben lieber zwei hin. Ziel wenig. So. Dann spionier mal weiter bitte. Oder ich stelle bei jedem einfach zwei hin. Das geht natürlich auch. Meine Energie. Fuck. Aha. Männiken. Mach schnell. Um Gottes Willen. Der kommt hier rein. Scheiße. Weg damit. Hier kommt keiner mehr rein. So. Ich liebe das einfach mich so mit Tesla Spulen voll zu spammen. Es ist halt einfach das Beste hier. So Tesla Spule. Aber wir haben Fallschirmbomben. Ja. Wir haben jetzt das erste Mal hier Fallschirmbomben. Aber die Dinger sind extrem ungenau. Wenn ich den jetzt mal auf diesen Panzer da schieße. Abwerfen lasse. Seht ihr gleich warum die ungenau sind. So. Panzer. Ah. Das geht sogar. Der hat getroffen. Also normalerweise wenn ich hier. Was drauf schmeiße. Wäre die Bombe hier angekommen. Oder hier. Oder so. Und nicht auf dem Panzer. Was für. Wo wurde meine Einheit zerstört? Keine Ahnung. Soll mir auch egal sein. So. Ich werde jetzt hier noch eine hinstellen. Zack. Und hier unten noch eine. Spionieren. So. Alles klar. Kein Geld. Alles klar. So. Hier ist aber noch Geld. So. Sammeln doch die Edelsteine, Mann. Sie sammeln nie die Edelsteine. Genau wie bei den Alliierten. So. Dann da noch. Und dann hast du es. Du auch. So. Ja. Ich mauer mich hier ein. Einfach mit Tesla spulen. Das ist einfach. Einfach das Beste. Zwei an jedem Eingang. Das passt schon so. Und dann hier unten noch eine. Und dann passt das. Brauche ich auch noch eine Energie. So. Sehr gut. Fallschirmjäger. Okay. Die kann ich mal hier noch reinpacken. Und mal probieren hier diese Basis ein bisschen zu ärgern. Was war das denn? Wie weit hat der denn geschossen? Alter. Na gut. Komm. Komm.